Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung und wir schauen uns heute an, wie wir Essig herstellen. Mit diesem Mod habt ihr neben der Salzlake, die ich hier stehen habe, habt ihr nun die Möglichkeit noch eine zweite Flüssigkeit herzustellen aus Obst und zwar Essig. Das ist sozusagen dann vergorenes Obst und wir können das herstellen aus Beeren, dazu packt ihr 60 Beeren in ein Fass. Das wird dann in vier Wochen, an 28 Tagen sozusagen, dann zu 10 Litern Essig verwandelt, umgewandelt und das Essig könnt ihr dann nutzen, um später wieder anderes Gemüse einzulegen. Nachdem die vier Wochen dann rum sind, habt ihr Essig hier in diesem Fass. Das könnt ihr dann sozusagen, also ich habe das jetzt schon aus diesem Fass hier rausgenommen, in das Fass reingepackt, das könnt ihr dann in einem anderen Fass lagern. Ihr habt jetzt die Möglichkeit weiterhin euer Gemüse einzulegen. Ich gucke jetzt einfach mal, wir brauchen hier 14 Tage, bis eine eingelegte Karotte herauskommt. Wir schauen mal im Vergleich, ob sich das hier ändert. Das dauert auch 14 Tage, ihr habt somit keinen Mehrgewinn. Ihr habt aber die Möglichkeit, wenn ihr kein Salz habt, aber eine Überproduktion an Beeren, was in den meisten Fällen ja der Fall ist, habt ihr die Möglichkeit sozusagen eine weitere Flüssigkeit herzustellen, mit dem ihr euer Gemüse einlegen könnt. Ergänzend habt ihr jetzt natürlich noch die Möglichkeit, wenn ihr schon Essig hergestellt habt, in diesem 10 Liter, quasi in dem Fass mit den 10 Liter Essig, habt ihr die Möglichkeit nochmal 60 Beeren reinzulegen. Das wird wieder dann in 20 Liter Essig umgewandelt. Das heißt, es kommt 10 Liter Essig raus und es wird hier das mit dazu gerechnet. Und es dauert dann nur noch 7 Tage, also quasi eine Woche, anstatt 4 Wochen, bis daraus Essig entsteht. Und nach einer Woche haben wir dann sozusagen unser fertiges Essig und unser Essen ist natürlich verrottet. Jetzt will ich mal ausprobieren, ob wir nochmal Beeren drauflegen können. Das habe ich nämlich selber noch nicht probiert. Es steht auch nicht in der Mod-Beschreibung, ob das geht. Aber das interessiert mich jetzt. Ich gebe mal nochmal ein paar Beeren rein. Und ich denke mal 60. Okay, das geht nur einmal. Das heißt, ihr könnt sozusagen dann einmal 10 Liter von dem Essig abschöpfen und dann euer Obst sozusagen nochmal einlegen, zu Essig verwandeln. Das heißt, ihr habt dann eine schnellere Ausgangsbasis für euer nächstes Rezept. Wenn ihr was einlegen wollt, bekommt ihr sozusagen schneller, oder ihr kommt sozusagen schneller an Essig. Denn Salz ist rar, findet man nicht so oft. Diese Lösung ist eine weitere ergänzende Lösung. Sie, ja, ich würde sagen, sie macht das Spiel jetzt nicht krass einfacher, denn Beeren müssen auch erstmal wachsen. Das heißt, wir müssen Beerensträucher finden, eine große Beerenplantage machen. Das heißt, das ist auch mit etwas Arbeit verbunden. Und ich finde den Mod eigentlich ziemlich klasse. Und kann mir vorstellen, dass ich den in meiner Singleplayer-Welt einfach nochmal mit benutze. Wir sind jetzt schon wieder am Ende von diesem Mod. Wenn euch der Mod gefallen hat, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video dazu gefallen hat, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Oder macht einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich nicht kennt, lasst mir doch ein Abo da, denn es kommen ab und an mal neue Mod-Vorstellungen. Und ansonsten schaut einfach mal bei mir noch mit rum. Ich habe noch einige andere Videos, die ihr euch anschauen könnt, ja, Vintage-Story bezogen. Und würde mich freuen, wenn ihr da bleibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.